Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Jeremy Fragrance, 33, will Deutschland verlassen. Spätestens seit seiner Promi Big Brother Teilnahme ist der Parfüm-Influencer deutschlandweit in aller Munde. Viele Zuschauer vermissen den Unternehmer mit der extravaganten Art in der Show schmerzlich, doch für den 33-Jährigen geht es jetzt offenbar wohl nur noch in eine Richtung hoch hinaus. Jetzt verriet Jeremy seine Zukunft Pläne. Unter anderem plant er, seinen Hauptwohnsitz in die USA zu verlagern. Ich werde jetzt planen, in die USA zu gehen. Ich habe dort Familie, meine meisten Follower sind ohnehin englischsprachig und wissen nicht, was ich in Deutschland mache, stellte der gebürtige Oldenburger im Interview mit der BILD klar. In einer Kabel-1-Doku, die der. Vielen Dank für die Zuschauer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.